Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Meine Keile hat Hunger und du bist das Futterzauberer. Wir müssen Sulkir besiegen. Gibt's hier irgendwen mit Feuer? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt... Wen haben wir denn dabei? Niklas Lichtkrieger ist dabei. Und, Namen kann ich nicht sehen, aber das ist der hier mit dem Ding da. 6.000, ne? Und wen haben wir noch? Der Daniel Blitz-Tor schon wieder. Den erkenne ich immer an seinem wehenden Mantel. Der ist oft dabei, ne? Guck mal hier, wie viele Pips der direkt hat. Das ist ja ein dickes Ding, oder? So, wir müssen hier mal gar ein bisschen Platz machen. Guck mal, der hat drei Super-Pips und einen normalen Pip. Zu Anfang. Das ist natürlich heftig, ne? Ups. Na, greifst du den Kaios an? Das wird dir noch jemand heimzahlen. Von meinen Freunden. Und da kommt direkt der nächste fette Angriff. Bam! Was ist denn mit euch los? Und er nimmt nun, ja, dieses Scheiß-Turm-Schild, ne? Mann! So. Na gut, aber wir lassen uns davon nicht beirren. Sondern machen hier mal einfach normal weiter im Programm. Als wäre nichts gewesen. Mh-hmm. Schön. Guck mal, wie der rumtänzelt. Stellt euch mal vor, ihr würdet die ganze Zeit so rumtänzen. Ach, guck mal hier. Während, während dessen... Während dessen, während des Kampfes, gucke ich mal gerade meine Freundesliste ein bisschen durch. Moment, ja, das ist natürlich jetzt praktisch. Machen wir es auf... Ach so, ich bin auch im Trottel, oder? Gut, alle Freunde. Bruno! Ja, das ist natürlich ein bisschen eintönig, wenn ich mir die Freundesliste angucke. Aber ich versuche noch schnell, jemanden zu finden, der inaktiv ist. Was echt schwierig ist, ne? Das muss ich schon sagen. Jetzt... Jetzt habe ich mich schon wieder vertan. Emma. Bam! Ist auch dabei. Dominik ist dabei. Fabian. Ach ja, Fabian Feengarten, die kennen wir auch. Obwohl, die Fabian hat schon lange nicht mehr gespielt, ne? Moment. Dumm, 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 dumm. Dann kriegt er jetzt noch das. Bam, 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 bam. Felix oder... Finja Glitzerfau. Hä? Was soll der Quatsch? Finja Falk. Ist auch noch dabei. Alles sind dabei. Finn. Finn S. Dumm, 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 dumm. Florian. Florian. Fritz. Ginger. Gustav. Hannes. Ähm, wie sieht's hier weiter aus? Mh, 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 mh. Gut, 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 gut. Hannes ist auch nicht dabei. Äh, es ist dabei, meine ich. Ist aber auch nicht dabei, an Leuten nicht aussortieren kann. Harry Zauberwald. Den kennen wir doch. Harry. Hermine, Hermine, Hermine. Huru-Ivan. Jack H. Oh, das ist so lästig. Also das könnte, könnte man hier echt auf jeden Fall mal ändern bei dem Spiel. Jack Zaubertag ist weg. So, jetzt müssen wir schnell gucken, dass wir den... Nein, 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 nein. Arthur, Hammer Schreck, jetzt bist du endlich ein Freund. Gut. Nein, 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 nein. Ach, so. Okay, Arthur, Hammer Schreck, hab ich auch noch glücklich gemacht. Gott sei Dank hat das jetzt geklappt. Und jetzt wollen wir auch mal hier angreifen, oder? Obwohl, dieser Mistkerl hat ein Turmschild. Gibt's noch was, was ich hier gerade machen kann? Ich mach jetzt das mal, ist auch egal. Wir wollen jetzt mal, dass es hier irgendwie weitergeht, oder? Tut mir leid. Aber ihr habt gerade gesehen, so schwierig ist das hier mit dem, mit dem Freundegedöns inzwischen. Schade, schade, schade. Es wäre wahrscheinlich für die Server und was weiß ich gar kein Problem, diese Freundeslisten unendlich groß zu machen. Also da könnte man, könnte man wirklich noch was dran ändern. Naja, aber wer hört schon auf mich? Ich hab ja gar keinen Zugang zu den Leuten. Was kannst du das machen, bitte? Was denn? Ich soll in der nächsten Folge mal über Konsolen sprechen. Und über Mobbing. Okay. Das schreibe ich mir aber mal gerade auf. Weil da weiß ich jetzt gerade spontan gar nichts... Oh, Moment, die kenn ich ja noch gar nicht. Was ist die denn? Vielleicht spreche ich auch gleich mal darüber. Jetzt gerade, Moment. Konsolen. Und Mobbing. So, jetzt warten wir erstmal hier, bis der Kampf zu Ende ist, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Ach, guck mal hier, dann können wir den auch gerade so besiegen. Kommt, Leute. Entscheidet euch. Ach, jetzt ist er schon weg. Und tschüss, mein Freund. Das war meiner. Tam, 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 ta. Was haben wir denn hier? Ring des hungrigen Wolfes. Schön, schön, schön. Topazklaue. Au, au. 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 Oha, oha, oha. Also, Leute, noch eine Stufe, dann kann ich mir ein paar coole Sachen anziehen. Also. Oh, nein. Oh, nein. Oh, was machen wir denn jetzt? Ich. Ich habe so ein paar coole Sachen erhalten. Na gut, aber es kommt jetzt gerade kein anderer. Dann besiegen wir den gerade und gut. Okay, ab Stufe 52 gibt es zunehmend bessere Sachen. Dann wird nachher nochmal meine Lebenszahl hier. Meine Lebenspunkte werden ordentlich steigen. Weil das ist ja auf jeden Fall mal besser. Ah, gut, dass er sagt. Sehr gut. Ich hätte es auf jeden Fall vergessen. Dann hätte man hier später nochmal hinblatschen müssen. Sehr schön. Kritisch wundervoll. Damit wäre der feine Herr auch direkt von den Knochen gehauen. Das Kriegesend waren Baum und Rabe. Rabe. In ihrem Lied vom tiefen Schlaf, dass den Titanen sie einst sangen. Lalalala, juhu. Komm, wir machen noch so lange, bis ich Stufe 52 bin. Da müssen wir jetzt aber Gas geben. Ich möchte mir ein paar coole Sachen holen. Hi, Austries. Austri. Ich wünsche dir, als nächstes musst du mit Westry sprechen. Der Hexenzirr hat das Tor nach Westry. Südlich meiner Halle lebt ein Rabe namens Grimaldins. Es ist viele Jahre her, dass ich Grimaldin... Du solltest Grimaldin einen Besuch abstatten. Er kann dir vielleicht einen Schlüssel anfertigen. 17.000, wie geil. Wunder, wunder, wundervoll. Ah. Dass hier so viel Volk wieder ist, das ist nicht wundervoll. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Noch ein Level, dann kann ich mir coole Sachen anziehen. Denn hier gibt es vieles ab Stufe 52 erst. Grimaldins Löttermarkers Höhle. Wer bist du denn? Hm, hey. Hey. Dieser Ort ist schon seit vielen Jahren verlassen. Er erinnert mehr an eine Gruft als an eine... Dieser Runenstein könnte dir einen Hinweis darauf geben, was mit Grimaldin passiert ist. Okay, auf in den Kampf, Freunde. Und ein dicker Gegner hier, ne? Das ist ja immer ein großer Gegner, wa? Aurek, der Mächtige. Na gut. Verpatzt, sehr schön. Obwohl, ich bin ja eh noch nicht eingebunden in diesen Kampf. Aber das werden wir schon packen, oder? Superpip, 7590. Guck mal, wie viele Superpips der hat. Du Schande. Ich glaube, hier muss der allein rein für den NPC. Ähm. Lass mal grad gucken. So. Okay. Ne, jetzt haben wir noch eine Minute 50, bis die Folge vorbei ist. Dann werde ich in der nächsten Folge eins der Themen Konsolen oder Mobbing ansprechen. Ein großer Gegner hier, wa? Gib's ihnen! Zeig's ihnen! Wundervoll! Ah. Der ist so groß, dass man seine Lebenspunkte gar nicht sieht, die ihm abgezogen werden. Tja. Und ich mach' ne kleine Elementarklinge auf mich. Und diese Kugel da zaubert auch ein bisschen. Aber mit Eis? Ah, kritisch! September ist das nächste große Treffen. Das kann ich schon mal jetzt sagen. August oder September. Das wird, äh... Wird noch dauern. Hm. Denn dazwischen sind auch noch Ferien. Ich hab' Urlaub und so weiter. Und sofort. Werde im September endlich 14. Werde im September endlich 31. Oh, 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 oh. Hallo? Nun? Jam, 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 jam. Den wollen wir erst noch besiegen, oder? In dieser Folge. Ja, klar. Na klar doch. Das machen wir doch. Ja, was würde mir Nils Eiskling empfehlen? So, können wir den jetzt endlich kaputt machen? Die Zauber der Mondschule nicht zu lernen, da die nur sinnlos sind. Ich schreib's mir mal grad auf. So, Aurek, Aurek. Können wir dich mal bald angreifen? Was hab' ich denn? Zwei Klingen. Du hast ne Verstärkung drin. Dann machen wir aber trotzdem noch... Ach, ne normale Klinge kann ich auch noch auf mich machen. Betäubt! Ach so, das ist einer von uns. Scheiße. Das ist nicht gut. Hab' ich mir wieder mal voll den Peil hier, ne? Wisst ihr was? Ich verkleide mich jetzt gleich auch noch. Ich werd' mich auch noch in jemanden verwandeln. Das ist aber schon ein Brocken hier. Unser Yeti. Nein. Superbabe erhalten. Dann kriegt er jetzt noch das hier. Und dann gibt's jetzt gleich einen schönen Angriff. Ähm, vom Hölifanten. So. Wollen wir den jetzt mal bald besiegen? Die Folge ist schon überfällig. Komm schon. Hurtig, hurtig. Dumm, 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 dumm. Oh, jetzt, jetzt greife ich an. Das hab' ich von ihm noch ne Klinge bekommen. Jetzt aber. Auf die zwölf. Aurek. Der Tote ist es jetzt gleich. Aurek, der Tote. Komm, Freunde, macht schon. Aber guck mal hier, Karo macht auch einen schönen Angriff. Hey, du hast meine Klinge weggemacht. Oh, du hast ihn aber besiegt. Yep. Na gut, da war mein Aufpowern umsonst. Aber egal. So, was haben wir hier? Stiefel des wütenden Bären. Plus 5 Prozent, plus 5 Verteidigung. Plus 10, plus 4 Prozent Eingriff insgesamt. Geisterschild. Mantel der Kruft. Plus 5 Prozent Verteidigung insgesamt gegen alles. Plus 15 Prozent, plus 15 Prozent. Ding ins Verteil. Plus 5 Eingriff. Plus 10 Prozent, plus 4, plus 10. Okay, gut. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.